Alles gut. Ja, easy. Du hättest sogar das blaue Item kaufen können mit Saiyan, ne? Immer wenn du die Mindest durch den Gegner schießt, kriegst du... Du weißt, dass du den E-Skill maximierst, ne? Also, glaub ich zumindest, oder was? Guck mal schnell nach. Äh, warte, warte, warte. E oder Q? Q... 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 Ja, QW-E. Ja, okay, ich hab immer E gerne hochgespielt auch. Er fängt übrigens da oben an, also können wir uns mal wissen. Dann können die Gegner hier abfangen. Komm her. Komm her. Ja, tschüss. Äh... Warum denn dahin? Ich muss was gucken. Ich hab die ganze Zeit so einen roten Rand in der Aufnahme. Wir wissen, dass wir hier sind, der mir gewartet. Okay. Wie dumm, jetzt schon, ne? Ja, warum nicht? Ne, das ist da halt ein bisschen dumm. Was sind Support, Alter? Wenn ich tot bin, muss ich gleich mal gucken, wie ich das mit dem roten Rand wegkriegt. Damage! Ja, Mann! Sein ist voll stark. Ja, gucken wir mal, wie das so ausgeht, ne? Fürs Blatt. Ja, easy. Gute Aufnahme. Ist so. Ja, easy. Was ist das für Nuss, Alter? Ist das eine Bronze? Bestimmt. Wir sind doch jetzt selber. Da denkt sich auch nur so nice. Endlich eine fähige Bot Clay. Ich war noch nicht so richtig. Ich hab gehört, das ist die neue Kombo für uns. Ich hab keinen Stack. Oh, scheiße. Ich hab einen verkackt. Ja, passt. Du hast zwei Kills. Wie viel Geld hast du bereit? Das geile ist, die kriegen den großen Minimi. Das heißt, die sind viel früher. Doch, okay, scheiße. Naja, da nicht. Aber wir sind viel früher Level 6. Wie viel Geld hast du bereits? 1100, wir gehen aber nicht zur Base. Die waren zwar bei der Base, aber wir sind stärker, wenn wir Level 6 haben. Ich mach mal nur den einen, dann kann ich das dann kicken. Als ob der den nicht getroffen hat. Du solltest sein, ich nicht mehr spielen. Naja, na. Das war echt so ein heftiges Misplay. Alter, wie viele Mal haben die gerade gewasted? Ich hab kaum damage gemacht. Guck mal, guck mal, guck mal. Na ja. Na ja. Oh, das Team feedet rein. Ach, Jonas. Was? Wir beide brauchen ein Mission Ward Ding. Ja. Boah, beide hochgeworfen. Ich liebe diesen Champion. Pass mal auf. Du kannst dich übrigens auch hauen, wenn ich einen Autotech draufkomme. Ja, ich weiß, ich weiß. Ah, die werden so rasiert. Ah, die werden so rasiert. Wir müssen auch gucken, vielleicht kommt der Jungler wahrscheinlich, der hat die gerade gedingenst. Ne, der hat diese komische Stante benutzt. Ne, der hat diese komische Stante benutzt. Ja. Das ist so, als wenn ich gegenehmliche Neuanfänger fange. Wir dürfen nur nicht reinkuschen. Ja. Weil, dann kriegen die weniger Farm, er muss ein ganzes Mana benutzen und farm. Und, äh, dann können wir mit Level 6 einfach direkt all-in gehen. Und dann zur Base. Leider pushen wir gerade irgendwie. Weißt du gerade noch? Ja, wie? Dein E-Skill. Ja, mein E-Skill. Alter, hast du gesehen, viel Schaden an den Minutes gemacht hat ihn? Ne, habe ich nicht. Vom näher an nicht. Ja. Ja. Ja, okay. Oh. Seid ihr da? Ja, okay. Ich hab Vision Ward dabei jetzt. Oh, der Kayn, alter. Der Kayn, der, der, der benimmt sich auch sowieso im vollen Kacken. Der SP bleibt da ohne Mana, ohne alles. Wo macht der hier denn was hin? Was ist das denn für ein Nuke, der Echo? ich habe es leider nicht gesehen in den turm gesetzt obwohl er nicht mal okay er hat ja flächen können aber er hat sein e-skill benutzt wo es überhaupt keinen sinn gemacht hat also den benutzt man ja eigentlich wenn der gegner erst wegläuft aber also der hätte einfach wegflächen können wenn er weg gewesen soll wenn man ein pushen der es wird seine kräfte man nie bis jetzt echt gut benutzt der drei gegenstände erhalten warum kriegst du denn mit der sunfire das war ein heißer brot Ich mach einfach den Ding nicht irgendein Easy Da kommt er wieder Ja Alter Das ist mal heftige Scheiße Ich hab zwar Ultiger oder was Warum hat der halt gerade nicht geholtet Er hat gerade meine meine passiv getötet er geholtet Der einzige der über den Ich hab auch schon Oh mein Gott Nur gut ist der KZX Der ist wieder nur die KZX Weil der halt auf der Botlane kommt Aber das war gerade auch wieder der Premiumulti von mir Er hätte früher kommen müssen Das geilste ist ja der KZX hat auch schon so viele KZX Also da sind wir nicht nur dran selber schuld Der kam schon mit ein paar auf der Lane Dann kommen wir doch eh nicht mehr hin, Alter Okay, sorry Wow Das war mein Schild Hier, hier, hier Hier, hier Jetzt auf Schön Gg Jetzt kriegen wir auf den Turm da oben Da oben Ja, so zu sagen Ich renne da oben Jetzt, warum steht er ein bisschen wo? Ich hab keine Ahnung warum da ein bisschen wort steht Ich glaub unsere Enemies Dumm Ja, das äh Stimmt Also haben wir doch nicht verdient In der Halo zu spielen Sagst du machen wir ein Mid-Gang? Oh, oh, oh Oh Er freut sich Oh nein, er hat aber schlecht gemacht Nein, kann ich nicht Ich hab jetzt Ding, wenn ich zurückgehen Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ja, ich sehe, ich sehe Ich lebe Ich bin tot Oh, ich bin tot Ich bin tot Ich hab auch nie aufgepasst Ich hab dann einen Shop offen gehabt, weißt du Ich dachte eigentlich, der Echo kümmert sich mal um ihn warum geht warum geht der keine nicht drauf keine ahnung er hat geschlafen der kain ist so bad ja ne rüstung solange wir uns noch die ganze Zeit gankt wird es keine rüsten kaufen ich werde zum überlegen ob ich mir die die geister kutte hole wie sie schön heißt unterwegs unterwegs hier kommen wir kommen die alte ist wieder am start ja ich habe mir mal ein bisschen jetzt der ist gerne du sollst vielleicht helfen gehen ja wir sind beide der lacht er ist wie scheiße ja der echo hoch wie kommt der denn jetzt schon wieder her der war gerade tot ja oh du solltest du solltest definitiv erkennen ich bleibe ich doch hoch als wenn er jetzt den protowelt benutzt hat ich bin da gerade eingesprungen nein und wo ist unser jungler was machen die da als wenn der 2 gegen 1 verliert hallo der kassik macht mehr schafft hallo alter was ist das für ein team ich kann sagen dass wir die runde verlieren weil das team auch scheiße ist ja das stimmt allerdings ja das stimmt allerdings ja das stimmt allerdings das ist noch um die weg kümmern für die alle von das auto die feite ich würde die alleine machen so ja anscheinend nicht doch doch ich habe die kurs genau abbekommen bei den deutschen also ich genau dahin geschossen wenn sein ernst wir kommen jetzt hierher der kommt jetzt hierher naja ist er nicht jetzt aber noch bei mir wird er los das ist dumm die wollen sich die wollen sich den weg holen das ist so schlimm jetzt glaube ich das ist so schlimm das ist so schlimm den kriegen wir definitiv ja wenn du kannst du das Da war schon Freed Rage. Da sind wir noch 20 in den 2 Punkten. ich komme auch ich bin der dodge master wieder gewesen aber es hat mir nichts gebracht und halb gesloten weil er den breathbuff hat die slows sind immer noch die böse erwachen sag ich mal ich fühle mich richtig wie so ein bronzewerfer jetzt solltest du nicht mehr reingehen naja ich bin tot ja als wenn er jetzt reingeht botlane braucht hilfe stirbt er gegen den wieder? ach der hat ulti an dieser arsch ulti ne naja ich glaube hier ist der kazix alter nur den drake macht ich fühle mich so wie der einzige der überhaupt hier was er hat der kazix kommt runter ja ich hab's gesehen aber ich hatte gedacht dass wir den vielleicht töten zusammen ich hab dir das zu deffen lassen naja hier ich hab die stellen dann hören wir uns jetzt zum turm hier Oh, als ob die beides gedlutscht ist. Oh, geil. Weil keiner von denen auch nur ein bisschen Damage macht. Tja, Marcel. Was habt ihr das an? Guckt ihr das an. Da. Die haben beide so wenig HP. Als wenn. Als wenn der jeden Wort hatte oder so. Ich hoffe, dass sie nicht gleich ulti. Weil der SW ist weg. Mein Gott, ohne die Lacken, wie steht er eigentlich? Richtig schlecht geschehen, ne? Na, ich mein, er hat den dunklen King genommen und nicht diesen anderen da. Ja, dann würden wir nicht richtig am Arsch sein. So, ohne mich zu falten, macht überhaupt keinen Sinn mehr, ne? Ja, ich dachte, der, der, der Ding ans kriegt mir jetzt irgendwas geschissen. Ja, der Echo, der Echo Fresh. Ich hab ein bisschen Schiss, aber ich will den Turm unbedingt hier zu holen. Oh, lol, alter, du rasierst. Läuft bei Ronis. Haben wir eigentlich irgendwo den Herold benutzt? Ne. Na, gut, ich hab ihn ja gemacht, aber den hab ich nicht gehabt, also. Den hab ich keinen aufgeliebt. Ja, ja, ja. No, what the fuck my auto attack. Ich hab dann eben geklickt. Ich hab dann eben geklickt. Ich wollte sie da helfen und ich hab in alles gedodget diesmal. Weil ich fiat Kalista zur Zeit eigentlich nur, weil ich ja dodgen übe. Und dodgen üben mit ihr ist noch geiler. Weil wenn du dodgen kannst, dann bist du auch noch geiler. Ja, aber es ist dodgen üben mit Kalista nicht voll cheat, weil normalerweise kannst du ja nicht so cool mit deinen Auto-Tex wegbringen. Ne, ich übe ja nicht nur mit ihr, aber allgemein, du hast ja gesehen, mit einer Army auch die Runde. Ich versuche einfach allgemein so zu planen, wo die ungefähr hinschießen, die ihren Skills, und dann eben da woanders hinzugehen. Und es klappt ja auch, wo auch jetzt. Okay. Ich mach jetzt vor allem für diesen Buff bei Kalista so gut, dass sie jetzt eben, wir haben also irgendwie andere Schaden kriegt anstatt den. Gibt es besser. Anstatt Attack-Speed. Ja. Weil sie hat genug Attack-Speed. Ja. Ich hab 2,4 gleich. Oh. Hier. Passt. Boah, wenn du den in die Mitte kriegst. Oder du machst ihn einfach selber. Okay, komm wir mal an den Tower. Oh verdammt. Klar siehst du es hier bestimmt auch. Ich krieg das, ich krieg das immer nicht mit hin. Also ich, ich vergesse es immer, dass wir nicht auf der Maus, äh auf der Map unten irgendwo hinzeige, dass er dann die Ulti nicht in die Richtung macht, sondern wirklich dahin, wo die Maus ist. Und deswegen charge ich meine Ulti meistens irgendwie total behindert irgendwo gegen. Richtig dumm. Egal. Aber dieses Mal klappt es besser mit Zion. Das hast du ja auch vorher nicht gesagt. Das hast du ja vorher nicht bespielt. Ja, genau. Na ja, gut aber sein habe ich, bin ich jetzt auch nicht so. Scheiße, Alter. Der Mann. Da sieht gerade, ne. War übelst. Mit der Ulti und dann alles mögliche. Aber ich hab ihn fast auch gemacht. Oh nein. Unser Cain denkt er kann nicht so. Ich kann ihn machen. Wenn er nicht allzu scheiße wäre, dann könnt ihr ja den Platz übermachen. Aber Echo holt oben den Turm, weil die Gegner alle beschäftigt sind mit euch da. Schade. Wirkliche. Ich verständliche. Das ist das. Da wäre trotzdem alles sterben, ne. Nö. Nein, ich bin jetzt weg. Warum renn weg? Da ist doch... Okay. Das ist ja noch. Ja, ist klar. Hi. So ein Schisser. so kann man die ulti auch benutzen ich glaube der echo sollte so langsam ein bisschen vorsichtiger werden ich würde jetzt nicht machen wir gehen gucken soll ich vielleicht vorgehen machen wirklich wir hätten wir hätten eigentlich den baron stehlen können der k6 der k6 hat zeit mega verkackt der hat sein zweiter verschissen oder hatte kein zweiter keine ahnung weil er fast tot war ja so ein panics meister ja um sich zu heilen um sich zu heilen die botland direkt rum für den turm unten weg der kann ja mitte allein ja sie gut aus passiert was ich habe was hast du machst in den chat ich mache es in den chat das traurige ist dass ich wirklich fast alle kills gemacht habe ja hast du halt auch einen guten support ich war so noch einmal doplane und sowas nein naja sie lief ok wieso weil der typ kam und uns abgefuckt hat guck mal hier ist eine krabbe beim drachen toll die ist da immer nein die habe ich da reingeklickt die ist da nicht die war halt direkt im drachen drin die haben halt gekuschelt die sind die sind die sind der Das hast du so ein Frosthandschuh, ist ganz gut. Ich mach die Solo, Alter. Ach ja, alle? Nein. Oh shit, warum hat er keinen den Guardians, nur ich? Oh, Alter, schon wieder. Das war ein Pentakill. Ihr Herrscher. Oder Quadra? Ich hab mich mitgezählt. Nein, aber eigentlich. Nee, ich hab nur vier gemacht, Quadra. Unoffizieller Quadrakill. Ich liebe diesen Champ, weil er springen kann. Alle sagen, der ist schlecht geworden, ey. Ich bin nie gut. 2,4,4 Attack Speed. So, in Ordnung. Ja, irrtig. Also wenn ich dann Gegner getroffen habe, ne? Komm, Marcel, die kämpfen hier mal kurz. Naja, die kommen doch hier eh nicht hin. Oh, guck mal hier. Doch, 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 die wollen den Blue Barf. Vertrauen mir, das sind Noobs, Mann. Okay, warum sind die alle hier? Die Frage ist, wieso hat mich die Lux-Q jetzt getroffen, weil ich reingejumpt bin. Der Jace, der finde ich, die Gesichter gar nicht so scheiße, muss ich mal sagen. Der spielt einigermaßen okay. Ja. Und The King kommt jetzt auch ins Game mit seinem dritten Kill. Sieht aus, als würden die Minions jetzt einfach alles kaputt machen. Ja. Ja. War doch ne schmieke Runde, würde ich sagen. Wie schnell, ja. Jetzt habe ich zwei immer noch nicht geguckt, warum der rote Rand da ist, aber... Die rote was? Ach, der rote Rand. Die mit den roten... Warte, wie geht das immer? Die mit den roten Bändern, nee. Ja doch, Club der roten Bänder gibt es irgendwie. Nein, nein, nicht diese Serie. Die mit dem roten Halsband, kennst du nicht dieses scheiß Technolith? Nee. Mit dem roten Halsband. Lass mal gleich mich auf dein Server gehen, bei Discord, da mach ich das an. Okay. Okay? Ja, ja, machen wir. Ich bin mit dem roten Halsband. Das ist richtig schlecht. Okay, das war... Aber ich glaube, doch, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Doch, ich... Ja, ich... Ja, ich... Ja, ich kenn's. Ja, doch, 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 doch. Ja, wir machen das bei Jahn. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das kenne. So, sagst du, wir holen die weg. Bis auf Kha'Zix. Das ist unser größter Feind hier. Der weiß, dass er nur mich ausschalten muss. Und du hast noch keinen Guardians. Also ich hab' ihn aber... Ja, sag ich ja. Ich hab' ihn aber schon mittendrin. Das heißt... Als ob du mich immer noch ulten kannst. Natürlich, wieso konnte ich das nicht? Weil ich tot war. Ja, und? Lol. Das ist ja noch um der OP, oder? Das ist richtig okay. Das heißt, du lässt dich sterben. Und dann komm' ich. Ja, ich geh' einfach all-in rein. Ja, und dann stirbst du und noch alle geht's. Ja, und dann nimmst du mir nochmal, wirfst du mir noch hoch. Warte, fuck. Wann können die das jetzt drücken? Das ist einfach mega gut. Safe nicht. Guck mal, die haben von uns erst einen Tower. Naja, da kommen wir jetzt... ...6... ...super Vasallen an. Da brauchst du aber lange für, um auszurechnen. Ja, ich musste gerade überlegen, ob das jetzt auf allen deinen zwei sind. Wir sind so schlecht. Aber weißt du was? Vielleicht schaffe ich's ja nochmal, ein Geburtsdatum in der Runde, ne? Zu kriegen. 30.11.95. Das wär' doch was. 95 ist es, willst du's noch machen? 10.11.95. Ich hab' überhaupt noch'n Weg. Es gibt auch noch'n Weg. Ich kenne auch auf Kumpenseele spielen, in der Runde, weil wenn ich nutz' an Links abkomme, dann schießt die ja meistens ihre ganzen Space Sleiter drauf, ne? Kumpenseele gut benutzt dann kann ich das alles tun. Warum finishen wir jetzt nicht einfach... in welchem spiel hat man mit kalister damals so viel ad gehabt ich habe keine ahnung warum finischen warum warum finischen wir nicht als das alles offen das kommt ja dann kommt kommt ich habe mich aber bernst du bist du schon tot ne ne schieß dich in die Base GG plus das ist mein Kill ah da nicht manchmal finde ich das Springen auch ganz schön schwer weil im Fight merkst du nicht weil du getrunken bist und dann nicht dann klickst du daneben und machst kein Autothek mehr weißt du was du meinst? ja 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 das ist kacke an hier ja lief doch ganz gut da krieg ich Kalisto an GG das Minus ja zu viel Tone oh ich bin in meiner Qualifikation zur Silber 1 ich hab alle Ordnungs bekommen ich hab ein A- gekriegt RIP ok ja Fortnite ja echt jetzt? was klar guck mal ja ich hab alle